Ich knie hier gewissermaßen vor euch, vor meinen Regenwassertanks. Die wollte ich euch jetzt endlich mal zeigen, denn ich habe es jetzt extra nicht komplett verkleidet, damit ich euch das alles ein bisschen erklären kann. Also schaut mal her. Ich habe mir hier als Regenwassertanks zwei IBC Container gekauft. Das sind jeweils 300 Liter und die sind, wie ihr hier sehen könnt, lebensmittelecht. Sollte man auch machen, wenn man es für Gemüse und so verwendet. Die Container könnt ihr sowohl gebraucht als auch neu kaufen. Ich habe sie mir jetzt lieber neu gekauft, weil ihr müsst mal schauen, was in den Containern gelagert wurde. Ich weiß, sie werden gereinigt, aber ihr wisst nicht, wie sie gereinigt werden, wie gründlich und schaut mal nach. Da sind teilweise Chemikalien drin, Öle, Fette. Möchte ich nicht in meinem Wasser haben, womit ich das Gemüse gieße, was ich zum Schluss S. Aber wie gesagt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Klar, die sind deutlich teurer, wenn man sie neu kauft. Lasst mich lügen. Ich glaube, hier hat jetzt einer 130 Euro oder so in der Ecke gekostet. Die stehen hier nebeneinander. Der linke steht einen Ticken höher wie der rechte, da ich die miteinander verbunden habe. Das seht ihr hier unten. Da geht ein Schlauch links zu dem anderen und die sind verbunden. Sprich, das vom linken fließt in den rechten. Da er ein bisschen höher sitzt, gleicht sich das Wasserverhältnis dann auch immer aus. Und hier unten, wie gesagt, haben wir den Schlauch, haben hier einen Anschluss und hier, wenn man mag, kann man sich den Schlauch, habe ich mir jetzt hier auch gemacht anschließend für eine Gießkanne oder so. Auf und zu Möglichkeit. Hier am Container kann man auch nochmal auf und zu machen. Und hier gibt es tatsächlich verschiedene Sets, um solche Container zu verbinden. Da gibt es auch mehrere Hersteller von. Und das will ich euch auch auf jeden Fall zeigen, weil das erste, was ich hatte, war echt nicht gut. Das zweite ist deutlich besser. Aber jetzt erst noch mal ganz kurz zu dem Konstrukt an sich. Wie gesagt, hier sind ja die beiden Container und hier habe ich dann angefangen, mir drumherum das Ganze zu verkleiden mit Holz. Und ja, ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe es jetzt noch offen gelassen, damit ich euch das ein bisschen zeigen kann. Das wird natürlich dann noch komplett verkleidet hier. Und hier oben habe ich einfach auch Siebdruckplatten drauf, damit das Ganze ein bisschen schicker zumindest aussieht. So, vom Prinzip her, wie die ganzen befüllt werden, weil irgendwie muss das Wasser ja rein, habe ich mir hier oben, ich hoffe, ihr könnt das sehen, wo die Holzlatte zum Regenfallrohr geht. Ich glaube, das Ganze nennt sich Speedy Regensammler. Bekommt man recht günstig, wird ein Rohr in das Regenfallrohr gesetzt, das Ding eingebaut und dann führt eben ein Schlauch hier oben die Holzlatte entlang hinten runter. Der kommt dann hier runter, der Schlauch. Und dann seht ihr ja, geht er hier im Busch entlang in den höher gestellten IWC Container. Und, ich mache es euch mal kurz auf, da fließt dann eben das Regenwasser rein. Hier solltet ihr auf jeden Fall darauf achten. Die kann man übrigens auch kaufen, hier die Deckelverschlüsse, normal sind die ja komplett zu. Und das ist einer extra als Einlass vorgesehen. Hier ist ein Filter mit drin, damit der Dreck eben sich sammelt und nicht im Container landet. Das ist recht praktisch. So, machen wir das wieder rein. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Deckel drauf gewesen. Den habe ich mir auch extra gekauft. Allerdings habe ich den ein bisschen modifiziert. Hier war in der Mitte einfach ein Auslass, den man als Überlauf nutzen konnte. Und das hier habe ich selbst montiert. Also das hier ist jetzt mein Überlauf. Der Schlauch führt dann auch in die Büsche hinter, wenn die mal voll sind, die Container. Und dieser Schlauch hier führt zur Pumpe. Und zwar ist es eine ganz normale Gartenpumpe. Da habe ich mir hier einfach so ein Kästchen drum gebaut, dass sie ein bisschen witterungsfest steht. Wie gesagt, da geht der Schlauch. Das ist so ein Ansaugschlauch, der sitzt. Wartet mal. Aber den wird man nicht sehen. Den sieht man nicht. Der ist aber gewissermaßen hier unten drin. Da habe ich dann Stein dran, damit der unten bleibt, der Ansaugschlauch. Auch da ist wieder ein Filter dran und ein Rückschlagventil, dass die Pumpe nicht unnötig Luft zieht, wenn mal kein Wasser mehr drin sein sollte und man es aus irgendwelchen Gründen nicht merkt. Das ist der Ansaugschlauch, wie gesagt. Und hier oben ist dann der Ausgang, wo ihr zum Beispiel den Gattenschlauch dran machen könnt. Und das habe ich mir dann hier unten wiederum an einen Verteiler geleitet. Geht hier rein. Und hier habe ich dann einmal meinen Gattenschlauch dran. Und hier habe ich, das mache ich dann noch, einen Ausgang wie ein Hahn, wo man sich dann hier unten eine Regentonne mit befüllen kann. Eine Regentonne, sage ich, eine Gießkanne mit befüllen kann. Also man hat zwei Möglichkeiten. Einmal mit dem Gattenschlauch oder eben sich eine Gießkanne zu befüllen. Ja, also wie gesagt, habe ich jetzt 600 Liter insgesamt. Das ist nicht die Welt. Die sind auch tatsächlich schnell leer. Gerade wie jetzt, wenn es eben überhaupt nicht regnet. Natürlich müsst ihr das Ganze so sehen. Gerade jetzt für mich. Ich habe das ja neu gekauft. Schon viel Geld auf die ganzen Adapter und so weiter. Wenn man das so ausrechnet, wann das Ganze sich amortisiert, wann es sich rechnet, wird, dass man gewissermaßen Geld spart, weil man ja eigentlich Leitungswasser benutzt hätte. Also das ist nicht der Sinn und Zweck der ganzen Aktion. Zumindest für mich. Denn wir haben hier bei uns sehr hartes Wasser. Das heißt, da ist sehr viel Kalk drin. Das ist zum Gießen im Garten nicht so gut. Das macht den Boden unglaublich hart, knöchrig. Zumindest die oberste Schicht. Ist echt nicht gut zum Gießen. Auch nicht für die Pflanzen zu kaltkaltiges Wasser. Deswegen ist Regenwasser, sprich weicheres Wasser, deutlich besser. Also das ist für mich diese Anschaffung vorwiegend, um meine Gemüsepflanzen zu gießen. Wenn was übrig bleibt, vielleicht sogar auch die Zimmerpflanzen. Denn auch für die ist weiches Wasser besser. Aber der Gedanke, um da Geld zu sparen, also da muss man das Ganze komplett anders aufbauen. Da bräuchte man wirklich viel größere Container, damit sich das auch irgendwann mal rechnet. Aber ja, also zumindest bei uns hier regnet es wirklich viel zu wenig, um zu sagen zu können, jetzt spare ich Geld mit solchen Containern, anstatt jetzt Leitungswasser zu benutzen. So, und was ich euch jetzt noch mal zeigen wollte, das alte System, das ich vorher verbaut hatte, im Vergleich zum jetzigen. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, hier in dem Auslass, also ist ja bei beiden Containern gleich. Ich zeige es jetzt nur beim Eilen. Wir haben hier ja einen Hahn, um den Containern komplett auf- oder zuzumachen. So ist er komplett offen. Und wenn ich ihn jetzt in die andere Richtung drehe, geht er zu. Und das funktioniert durch einen Stempel, der hier drin ist. Der Stempel ist jetzt hinten drin, sprich der Containerauslass ist offen. Und wenn ich den jetzt zudrehe, kann ich ja mal machen, wenn ich ihn jetzt zudrehe, schiebt sich dieser Stempel hier nach vorne, damit der Container zu ist. So, und dann sind wir genau bei dem Problem, was das erste Set für mich unbrauchbar gemacht hat. Und zwar, hier ist ja ursprünglich ein Verschluss, ein Deckel drauf, der einfach zu ist. Und da gibt es dann eben auch wieder modifizierte Systeme. Und das erste System war so gestrickt, dieser Deckel. Und dann hat man hier ein Gewinde reingemacht, also das kauft man so fertig, und schraubt das anstattdessen den normalen Deckel hier drauf. Und hier kommen dann eben zum Beispiel solche Rohre hier drauf, wo man sich dann eben auch einen Gartenschlauch oder sonst was dran bauen kann. Das Problem ist aber, wie ihr hier in dem Deckel seht, der geht nach innen. Also der ist nicht plan geschlossen hier innen, sondern der hat ein Stutzen, der sich noch nach innen hier zieht. Und wenn ihr den jetzt da drauf schraubt, dann könnt ihr den Hebel nicht mehr zumachen. Das heißt, der ging maximal bis hier, der Hebel. Der Container war noch komplett offen. Und das ist sehr schlecht, weil aus irgendeinem Grund muss man das Ganze vielleicht mal demontieren, wie ich, weil ich es beim ersten Mal nicht richtig gemacht habe. Ist zwar mein Problem, aber ist ja egal. Dann muss man das eben nochmal zumachen, dass man es demontieren kann. Mit diesem System absolut nicht möglich. Man konnte es nicht mehr schließen. Ich habe dann auch beim Verkäufer nochmal nachgefragt und er hat mir das so bestätigt, dass es eben so ist. Das ist nicht gut. Also ich mache sowas ja nicht gern, aber ich möchte euch davor bewahren, denselben Fehler zu machen. Also dieses System, mit dem ich zumindest nicht zurechtkam, vielleicht war ich auch einfach zu doof für, aber ich denke nicht, weil ich habe es mir ja bestätigen lassen beim Händler, war von FN-Technik, hieß es, glaube ich. Ich bin damit einfach nicht zurechtgekommen. Es ist für mich auch von der Qualität her nicht so gut und auch vom Sinn und Zweck, von der Logik her nicht optimal ausgedacht. Das andere System, was ich mir jetzt gekauft habe, ist das hier. Sorry, wurde gerade unterbrochen. Ich habe hier unten am Gartenweg Bananenrezomstücke hingelegt, also Wurzelstücke von Bananenstauden zum Verschenken und da hat mich gerade jemand angesprochen, ob er die mitnehmen kann und wie er die einpflanzen muss. Deswegen die kurze Unterbrechung. Also, wo sind wir stehen geblieben? Wie gesagt, also die von FN-Technik kam ich nicht mit zurecht und sind aufgrund der Konstruktionsweise für einen IBC-Container für den Zweck, wie ich ihn hier einsetze, meines Erachtens eben nicht brauchbar. Ich habe mir dann eine andere Tankverbindung von einer Firma geholt. Die heißen Klaas IBC, also C-L-A-S-S, wenn ich mich nicht täuscht geschrieben. Habe ich auf Amazon gekauft. Ich weiß nicht, ob die auch einen eigenen Shop haben. Das sieht dann anders aus. Da müsst ihr mal schauen. Allein dieser Part hier, von dem ich euch gerade vom anderen Hersteller gezeigt habe. Schaut mal, wenn ihr das vergleicht. Da ist der Deckel vom neuen fast doppelt so tief, wie der vom alten. Und der ist innen auch komplett hohl. Das heißt, da ist nicht so ein Wulst innen drin, sondern der ist bis hier hinten hohl. Der wird hier drauf geschraubt und ich kann hier ganz bequem diesen Stempel, der es auf und zu macht, bewegen. Stört sich überhaupt nicht daran. Alleine deswegen ist für mich diese Art der Konstruktion der anderen deutlich vorzuziehen. Und auch, ich muss, ich will es, wie gesagt, ich mache sowas nicht gerne, das eine schlechtreden, das mache ich auch eigentlich nicht. Ich vergleiche es halt nur in meinen Erfahrungen. Nach meinem Erachten sind die hier auch viel besser verarbeitet. Die haben viel bessere Dichtungen. Dieses Lila sind Dichtungen. Die haben innen drin nochmal Dichtungen, lassen sich viel besser verschrauben. Und diese anderen hier, die hatten an den Gewindeln, wartet mal. Hier so Teflonband einfach. Also ich meine, klar funktioniert auch alles, aber für mich ist dieses Ganze hier einfach stimmiger für den Gebrauch und auch, ja doch auch hochwertiger. Und ich muss ehrlicherweise glaube ich sagen, ich meine, das hier war sogar günstiger. Und ich zeige es euch jetzt trotzdem noch mal, von der Vollständigkeit halber. Auch von der anderen Seite ist im Prinzip dasselbe. Wird hier angeschlossen, führt hier über den Winkel dann zum anderen Container. Und so ist der Wasser-Austauschstand vorhanden, dass beide Container eben immer einen Füllstand haben. Vorhin habe ich ja schon gesagt, hier kann man auf und zu machen, sich hier einen Schlauch anschließen und das Wasser ablassen für eine Gießkanne. Also vom Druck her kann ich euch sagen, um mit dem Schlauch dann zu spritzen, das reicht niemals. Also da müsstet ihr die Container wirklich Meter hoch stellen, dass da ein ordentlicher Druck zustande kommt. Das funktioniert nicht. Deswegen, wie gesagt, habe ich mir hier diese Gartenpumpe gekauft. Und die war auch gar nicht teuer. Die hat glaube ich 70 Euro oder so gekostet. Eine stinknormale Gartenpumpe. Und die hat glaube ich 4 Bar. Also die hat echt ordentlich Druck. Deutlich mehr Druck, wie wenn ich das Wasser aus der Hausleitung nehme. Die geht schon gut ab. Also die ist echt gut. Und die tut ihren Dienst. Und von hier unten habe ich mir dann noch eine Steckdose für außen gemacht. Kann man hier den Deckel aufmachen. Das ist noch nicht fertig. Da kommt dann der Anschluss von der Pumpe ran. Hier drin ist noch ein Schalter. Und dann muss ich kein Verlängerungskabel und alles legen. Und kann immer einfach hier durch ein und aus den Schalter dann bedienen, dass die Pumpe läuft. Beziehungsweise dann nicht läuft. Dann könnt ihr euch das nochmal ganz kurz aus der Perspektive anschauen. Da ist wie gesagt das Regenfallrohr. Wo hier der Ausgang dann ist. Speedy Regensammler heißt es. Einfach zu montieren. Kein Stress. Dann geht der Schlauch hier über die Holzkonstruktion. Hinter den Busch und dann da in die Container. Aber ich finde es eigentlich dafür, dass es eine Regensammelstation ist, dann doch ehrlich gesagt ganz hübsch. Dieses Holzkonstrukt will ich dann hier noch. Da habe ich hier eine Weinpflanze, also Weintrauben hingesetzt. Tafeltrauben besser gesagt. Die sollen dann da hochwachsen. So ist zumindest der Plan. Und dieses Konstrukt mit dem Holz und dem Schlauch so ein bisschen verschönern. Und man hat dann ja auch noch Trauben. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass diese ganze Geschichte komplett verkleidet ist. Da kann man dann auch noch die ein oder andere Pflanze dranhängen oder stellen. Ich finde es einen schönen Kompromiss, dass man Regenwasser hat. Um seine Pflanzen, Gemüsepflanzen mit weichem Wasser zu gießen. Und eben, ja, es sieht ja auch nicht schlecht aus dann. Und eben, ja, es sieht ja auch nicht aus.